Ja, also die eine Sache ist das mit dem Antisemitus, äh, Antisemitus, Alter. The stage is yours. Alter, the stage is yours auch. Tino, wir dürfen gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Es ist ja, also es ist ja was passiert. Uns wurde ja ein so langer Text geschrieben. Eieieiei, es war klar, es war so klar. Es war so klar, ich rede natürlich von der Fanfiction von Jules über uns. Na endlich, ey, wir haben lange drauf gewartet und endlich ist es soweit und ich hab's echt mit brennenden Augen und Ohren und einem brennenden Anus erwartet. Aber hat sie dir das schon geschickt und du hast das schon gelesen? Ich hab's nämlich noch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ich würde das hier erstmals verköstigen. Ah, also, also vortragen quasi? Ja, ja, ja. Schön. Okay. Achso, also übrigens, hallo Leute, wir sind bringt im Internet, wir erzählen über die letzten Events der Woche so. Haha, ganz interessant. Hier sind Tino und Robin, schön euch zu sehen, zu hören, zu lecken, was auch immer. Hashtag Leckloch. Aber das ist gerade alles nicht relevant. Wir haben Fanfiction bekommen. Das ist relevant. Ich will's hören, sofort. Vielen Dank an Jules. Wir mögen dich mindestens so sehr wie du. Überleitungen. So. Teil 1. Vorbereitungen für den Brennpunkt. Robin saß jeden Samstag an seinem PC und bereitete sich auf den Brennpunkt vor. Schon die erste Lüge. Vorbereiten. Während er nochmal die Nachrichten in der Oase durchging, blieb sein Blick an einer Nachricht haften. Es war ein Meme über die Partei, auf welchem Tino markiert wurde. Musste das jetzt sein? Ich habe es doch so lange geschafft, nicht an ihn zu denken, dachte sich Robin. Wie sollte er auch nicht an ihn denken, da ihn in 5 Minuten im Discord trifft? Robin dachte an Tino. Er dachte schon die letzten Wochen fast durchgängig an ihn. An sein Lächeln, an seine weichen Haare und seine Lippen. Robin versuchte sich die Gedanken aus dem Kopf zu schütteln. Er musste sich jetzt konzentrieren. Sein Herzschlag wurde schneller, als er sah, dass Tino schon im Discord wartete. True Story, Alter. Ich bin wieder zu spät. Jetzt darf ich mir nichts anmerken lassen. Ich habe das schon so oft gemacht. Warum werde ich von Mal zu Mal nervöser? Egal. Ich muss da jetzt durch. Mit diesem Gedanken klickte er mit der Maus auf den Voice-Chat. Hey, Robin. Du bist aber pünktlich, erklang Tinos Stimme. Direkt. Ist das schon wieder Lüge? Direkt bereitet. Was? Es breitete sich ein Kribbeln in Robins Bauch aus. Hey. Ja, ich habe gerade eben noch Infos in der Oase rausgesucht, sagt Robin mit einer lässigen Stimme, während er hoffte, dass Tino seine Aufgeregtheit nicht raushöre. Außerdem fiel ihm gerade auf, dass er beim Raussuchen der Nachrichten abgeschweift war und kaum etwas vorbereitet hatte. Genau so läuft es immer. Fuck. Warum passiert mir das jedes Mal? Soll ich nun wieder improvisieren? Schnell öffnete er Telegram auf dem PC und klickte auf die Links, welche in die Gruppe geschickt wurde. Was ein Glück, dass ich gut ablesen kann. Robin, können wir jetzt anfangen? Fragte Tino. Musste er jedes Mal meinen Namen sagen? Wie soll ich mich dabei konzentrieren? Er merkte, wie seine Wangen warm wurden und war froh, dass er mit Tino nur über den Discord sprach. Als hätte Tino seine Gedanken gehört, sagte er zu Robin, dass er nächste Woche zur Aufnahme vorbeikäme. Das finde ich gar nicht so unschlecht, ehrlich gesagt, wenn wir die Zeit angucken. Und er sich vorher einfach testen lasse. Robins Herz setzte kurz aus. Er kommt nächste Woche vorbei. Wie soll ich das nur aushalten? Neben ihm zu sitzen. Seinen Geruch in der Nase und seinen Lippen so nah. Sein Atem wurde schneller. Seine Wangen brannten und das Kribbeln in seinem Bauch wurde immer stärker. Ja geil, dann wird es ja nächste Woche wie früher. Was hatte er dann nur gesagt? Hat es überhaupt Sinn ergeben? Dann wird es nächste Woche wie früher. Wieso hatte er das gesagt? Als könnte er das mit früher vergleichen, als er Tino nur als Freund gesehen hat. Aber jetzt, er konnte es sich nicht vorstellen, wieder normal neben ihm zu sitzen. Wie soll er denn übersehen, wenn mein Gesicht rot wird? Wie soll er nicht meinen Herzschlag hören, wenn ich direkt neben ihm sitze? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Er sagte Tino Bescheid und startete die Aufnahme. Alter, das ist echt. Oh, es ist so toll. Ein wundervoller Teil 1. Das ist echt akkurat. Also ich hätte eh gesagt, so hey, nächste Woche mal wieder normal. Ich hoffe, du hörst nicht raus, wie ich gerade rot werde. Ich könnte deinen Herzschlag bisher herhören. Jetzt weiß ich, warum Jules uns so gerne hört. Mit ihren Fantasien da im Hintergrund. Wunderschön, Jules. Vielen Dank, vielen Dank. Ich finde das echt großartig. Fast wie deine frisch gefärbten Haare. So toll war das. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich weitermachen soll, so nervös ich bin. Es gab natürlich noch einen anderen Text. Das war ja jetzt gerade so ein kleiner Spaß, weil alle dachten sich, ja, natürlich geht es jetzt um diesen langen Text in den Kommentaren. Und dann war es was anderes. Nein. Wenn man Gags erklärt, werden sie auch witziger. Richtig. Deswegen ist Jules so erfolgreich. Ja, und ich muss echt sagen, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, egal was wir sagen, es geht nach hinten los. Wir haben schon versucht, einigermaßen neutral zu bleiben und einfach nur zu berichten, was denn passiert ist eigentlich und haben es versucht, nicht einzuordnen, außer halt zu sagen, wir finden halt, dass Gewalt erstmal scheiße ist, so, dass man das irgendwie anders lösen sollte. Aber auch selbst das wurde uns ja irgendwie vorgeworfen und selbst das sei ja irgendwie, antisemitisch, weil man das ja nicht gleichsetzen könne oder so. Und das verstehe ich alles. Und ich habe mich auch ein bisschen mehr belesen, mich ein bisschen von Leuten erklären lassen, was da so ein bisschen passiert ist und so weiter. Also ein bisschen tiefgreifender. Und das wohl, also ein Zitat von einem Bekannten von mir, dass Gewalt in dieser Hinsicht durchaus gerechtfertigt sei von einer Seite. Ich will nicht sagen, welche Seite es ist. Und ja, ich finde es erstmal schön, dass eine Waffenruhe eingekehrt ist. Das ist hoffentlich jetzt nicht antisemitisch oder irgendwas anderes. Ich will einfach nur sagen, dass es schön ist. Jetzt dribbel nicht so. Dass halt keine, dass keine Waffen gerade aktiv sind und keine Bomben, keine Raketen fliegen. Und ich will sagen, ich wollte keinen verletzen. Und ich wollte vor allem nicht irgendwie eine Gruppe irgendwie dadurch verhetzen oder hassen. Ich habe einfach nur versucht, neutral das so ein bisschen aufzubringen in dem Podcast. Also Tino, du bist ja noch mehr davon getroffen, als ich dachte fast, oder? Nicht getroffen, aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwie erwartet. Und lese dann diese Kommentare durch und denke mir, alter, uns wird irgendwie vorgeworfen, wir würden antisemitischen Müll von uns geben. Und ich dachte mir, hä, in keiner Sekunde haben wir irgendwas davon eingeordnet. Ich habe extra noch betont, dass es scheißegal ist, welche Religion da irgendwie vorherrscht oder ob überhaupt Religion da im Spiel ist. Genau, und deswegen reagiere ich ein bisschen empfindlich, wenn man mir Sachen vorwirft, die für mich keine Hand und Fuß haben. Also ich meine, ich habe auch Karikaturen gesehen, schon vor einigen Jahren, wo Leute, die diesen Konflikt kritisiert haben, mit Neonazis leichtgestellt wurden und die sich da die Hand gegeben haben von wegen, wir wollen ja beide die Juden vernichten. Denke ich mir, alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht das Gleiche. Man kann doch nicht sagen, weil man diesen Konflikt nicht ganz nachvollzieht und nicht verstehen kann, will man ja nicht gleich irgendwelche Volksgruppen ausrotten, weißt du? Ich sollte vielleicht kurz noch zur Einleitung dazu sagen, weil wahrscheinlich haben nicht alle in die Kommentare geguckt, auch die Leute, die zum Beispiel auf Spotify oder Soundcloud hören, die sind dann wahrscheinlich nicht nochmal zusätzlich auf YouTube. Und da war auf jeden Fall ein ziemlich langer Kommentar, den ich jetzt hier nicht vorlese, weil der ungefähr fünfmal so lang ist wie diese Fanfiction. Der wurde jetzt nicht in bösem Blut geschrieben, sage ich mal. Also das war jetzt nicht so dieses hier ihr dummen Arschlöcher oder so. Es war schon die ein oder andere Kritik dabei. Im Groben kann man sagen, es war schon eher so eine Israel-Verteidigung. Und das hat auf jeden Fall angestoßen, dass 16 Kommentare weiter geantwortet haben und dann hin und her und hey, und dann ging es auch in Richtung, ja, ich würde dir gerne die Zähne einschlagen oder irgendwie sowas. Und das ist für mich halt das grundlegende Problem, was ich neulich auch bei diesem, am Ende von meiner Folge Robia, an dieser Livestream, wo ich dann mit Leuten über Discord Rede hatte, weil wir dann geradet wurden und da waren halt auch ein bisschen konträrere Meinungen zu allen Themen, die wir so besprochen haben. Das war so ein Rundumschlag. Und dann habe ich gesagt, dass das Allerdümmste an dieser Sache ist, dass wir einfach nur darüber reden und es so fucking geladen ist, Alter, als würden wir selbst vor Ort sein und irgendwie Leid erfahren. Wir reden einfach nur über dieses Thema und es ist so emotional. Das ist absolut unnötig. Das habe ich mir auch gedacht, dass irgendwie gerade Menschen, die selber auch nicht vor Ort sind und sogar gar nicht zu 100 Prozent abstecken können, was da eigentlich passiert, anderen Leuten Dinge vorwerfen, die eben auch nicht vor Ort waren. Also es ist so ein bisschen wie diese Thematik, wenn sich Weiße darüber aufregen, dass andere Weiße Dreadlocks tragen als Beispiel, weißt du? Da hat man irgendwie keine Betroffenen anbezogen. Das war jetzt wieder eine Relativierung, Tino. Ja, von mir aus. Ich schläge die Scheiben raus. Ja, jedenfalls, aber ich finde es schön, dass sich in unseren Kommentaren so ein bisschen auch, nein, nicht gestritten wird, aber dass da eine Debatte stattfindet und es war ja auch zum großen Teil, also schon auch respektvoll, nicht nur, aber auch, es wurde zumindest versucht von einigen Seiten und ich finde es schön, dass ein Austausch irgendwie stattfindet und dass wir so einen Diskurs anregen konnten. Das ist schon grundsätzlich sehr, sehr nice. Ich würde auf zwei Sachen auch noch spezieller eingehen, weil, ja, weiß ich nicht, hat mich vielleicht auch mehr getroffen oder finde ich einfach ein bisschen falsch dargestellt. Ja, also die eine Sache ist das mit dem Antisemitus. Antisemitus, Alter, nach Sexistus, nach Rassistus. Antisemitus. Fuck, Alter. Es ist einfach zu tief drin in meinem Sprachgebrauch, so zu reden. Ja, also die Sache ist, dass das in Amerika auch so ein ganz, ganz großes Ding ist. Du kannst Israel nicht kritisieren, ohne dass irgendjemand sagt, du Antisemit und das finde ich halt Quatsch. Das finde ich ganz großer Quatsch, weil wenn ich irgendwie sage, äh, Macron hält sich nicht ans Pariser Abkommen, so, dann ist das keine Franzosenfeindlichkeit, weißt du? So, wenn, man muss ja irgendwie auch Actions kritisieren können, ohne gleich ein ganzes Volk über einen Kamm oder eine ganze Religion über einen Kamm zu scheren, so. Das ist überhaupt nicht relevant, habe ich ja auch betont. Ich habe sogar auch noch gesagt, äh, ich glaube, als das mit dem Soldaten angesprochen wurde, wo ich auch direkt gleich noch komme, weil da gab es auch noch einen kleinen Kritikpunkt, habe ich auch gleich noch gesagt, ja, beide Seiten und so. Ich habe es so ein bisschen genervt gesagt, weil das halt immer so dieses, 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 äh, ja, aber du musst doch die andere, aber, weißt du, in dem Moment wollte ich halt darüber reden. Und hier war halt der Kritikpunkt, ich lese es einfach mal kurz vor, diesen kurzen Abstand. Tief blicken lässt weniger, äh, was ihr sagt, als was ihr nicht sagt. Dass Robin lieber zwei Minuten über ein Instagram-Video uprantet, in dem ein IDF-Soldat wohl äußerst geschmacklos in Schabernack, wobei ich Schabernack auch hier ein bisschen farmlosen finde, mit verhafteten Palästinensern treibt, wohlgemerkt zehn Minuten nach irgendwelchen Anne-Frank-Hentai-Sprüchen. Das wird hier aufs schärfste Vorteil, aber zum Raketenbeschuss der Hamas und so weiter und so fort. Ähm, erstens, Hamas ist ja nicht, äh, alle Palästinenser dazu, aber das weiß eigentlich auch jeder so und ich weiß bestimmt auch Stahlmetaller. Ähm, aber in diesem konkreten Beispiel sehe ich halt einen krassen Unterschied darin, ob ich irgendetwas sage oder ob ich eine Person bin, die mit einer gefangenen Person Schabernack treibt und das halt ganz stolz veröffentlicht. Da sehe ich halt ein paar Welten dazwischen, zumal die Punchline, falls es darum geht, die Punchline an Anne-Frank-Hentai-Version war jetzt nicht unbedingt, haha, Anne-Frank ist jüdisch, sondern haha, Anne-Frank hat in ihrem unzensierten Buch sehr viel über ihre Sexualität geredet. Und das ist für mich dann eher der Witz und nicht, haha, guck mal, die ist irgendwie jüdisch oder verfolgt worden oder so. Klar ist es in dem Kontext, dass, ähm, dass sie halt für die deutsche Geschichte eine wichtige Person ist und ein unschuldiges Kind, so. Das macht diesen Gag halt noch, äh, absurder, so. Aber da ging es halt in keinster Form darum, dass sie irgendwie jüdisch ist. Falls das hier, äh, in diesem Kontext gesetzt wird, dass ich irgendwie jetzt auch diesen, äh, diesen israelischen Soldaten verurteile, weil er ein Jude ist, das ist halt auch völlig irrelevant. Ja. So, ich mach das mit allen Soldaten, die dumm sind und sowas machen würden. Oder halt allen Menschen, whatever. Ja. Ja, es wird oftmals vergessen, dass es ja eigentlich um andere Dinge geht. Also, es kommt bei solchen Gags ja auch immer auf den Hintergrund an, den man hat, ja, wenn jetzt, also wir reden auch bei, bei so satirischen Aktionen immer davon, wenn ein, ein Neonazi einen Witz über Juden macht, zum Beispiel, dann hat es ja einen anderen Hintergrund, als wenn Sonneborn jetzt irgendwie Antisemitismus aufgreift und daraus halt einen Gag macht, äh, der den, den lachenden Leuten im Hals stecken bleiben soll. Klar, man kann sagen, es bleibt irgendwie ein Spiel mit Stereotypen, aber trotzdem, ähm, ist es ja wichtig, was die Intention eines, eines Witzes ist. Ja, aber ich, ich hänge mir auch nicht unbedingt als Aushängeschild an, dass ich nur gute Witze mache. Also, nee, darum geht es auch nicht. Das ist gar nicht mein Anspruch. Ich nehme eher lieber jeden Beschissenen mit. Ja, geht mir genauso. Also, ich bin ja auch so, auch gerne mal jemand, der, der Penis sagt oder so. Oder Schlingel. Oder Fotze oder so, ja. Also, obwohl das F-Wort, es ist ja auch, es ist Fotze, als Wort wird auch gerade sehr, sehr, ähm, in die Mangel genommen tatsächlich. Ich war jetzt auf einem, auf einer digitalen Fortbildung zu dem Thema, ähm, Gendersprache. Genau, genau. Das war zum Beispiel so ein Beschissener, den ich mitnehmen musste. Sehr gerne. Und bei der Fortbildung wurde es ein bisschen auch, ähm, wurden gewisse Worte kritisiert und auch so eine Vorausschau gemacht, welche Worte, ähm, wohl auch in Zukunft ein bisschen vermieden werden. Und das Wort Fotze wird wohl auch dazugehören in Zukunft, dass es auch sehr verurteilt wird. Wir dürfen gespannt sein. Sag das mal den armen Bayern, die mit ihrer Mundfotze, mit ihren Fotzen. So, toll. Die können jetzt gar nicht mehr reden. Die Bayern werden, die Bayern werden zuerst gecancelt. Aber schön, dass ihr so ein Propagandatreffen da habt und euch schon mal Pläne schmiedet, welche Wörter ihr als nächstes ausrotten wollt. Nee, es geht eher so darum, dass man so eine Entwicklung aufgreift. Wollt ihr euch nicht so Regenbogen fahren, um den Arm binden, mit so Kreuzen drauf? Oh, gute Idee. Jetzt machen wir es, weißt du, andersrum. Ja. Genozid an der deutschen Sprache, ihr Assis, Alter. Oh, weißt du, dann müssen uns die Amerikaner invaden und uns ein bisschen Englische herbringen. Der Duden kaust. Ja, also sind wir durch mit dem Thema. Ich weiß nicht, also ich will eigentlich da auch nicht so viel noch drüber reden, weil es halt, wie gesagt, so ein unnötig geladenes Ding ist. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich das nicht geil finde, wenn Zivilisten weggebombt sind. Und auch deine News hier mit Ceasefire und so, ne? Also Waffenstillstand und so. Ist das immer noch aktuell? Weil ich habe hier halt gesehen, vor einem Tag wurde halt irgendwie der Kopf von der, vom, vom, also der, der Chefarzt, glaube ich, vom palästinensischen Hauptkrankhaus Dr. Ayman Abu Al-Uf und zwölf weitere von seiner größeren Familie umgebracht. Das weiß ich nicht. Mein letzter Stand war, dass Ägypten zwischen den beiden so ein bisschen vermittelt hat, zwischen den Hamas und Israel und deswegen jetzt so Waffenruhe ist. Aber ob es aktuell ist, kann ich nicht genau sagen. Ich habe das dann nicht mehr so richtig verfolgt. Ich habe eher so die Sachen so aufgegriffen, die mir jetzt so in meiner Bubble untergekommen sind bei Twitter, Facebook und Instagram. Ja. Ich habe dann, ich habe richtig das nachgefühlt. Ich habe ja auch so ein, zwei Kommentatoren mir mal angeguckt in Amerika und die halt auch, die direkt so, ja, also ich kann jetzt hier nichts sagen. Es wurde mir dann ein älteres Video reingespielt von Some More News. How to maybe criticize Israel. Und das ist halt irgendwie schon ein paar Jahre alt und es war aktueller denn je. Und da war es halt auch so dieses Thema, dass du irgendwie dieses, das nicht aufgreifen kannst, ohne gleich der große Judenhasser zu sein. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde das, also ja, das kann man natürlich nicht komplett ausblenden, aber das sollte bei der Frage nicht wichtig sein, welche Religion haben die, wenn man sich fragt, ist das okay, wenn da gerade Zivilisten gebombt werden? So, und ja, die Hamas haben auch Unschuldige weggeballert. Es ist doch nicht ganz das Gleiche, muss ich sagen. Also, ja, es ist schwierig. Sie würden gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Man muss halt auch dazusehen, dass die Hamas jetzt nicht so das riesen Approval-Rating unter den Palästinensern haben. Aber jedes Mal, wenn halt von Seiten Israel irgendwas kommt, ja, dann steigt das natürlich, weil dann, man findet zwar irgendwie die, die, ähm, die extremistische Regierung nicht so geil, aber wenn die sich irgendwie dafür einsetzt, sich zu beschützen, dann steigt halt das Approval-Rating. Und das ist halt das Dumme. Du bombst halt von irgendeinem Kind die Eltern weg, mitsamt Haus. Was wird dieses Kind in zehn Jahren machen? Und die wird halt zur Waffe gehen, so. Und, und terroristisch sein, so. Und das ist, das ist dieser Kreislauf der Gewalt. Und ich verstehe das schon, dass irgendwie an, an irgendeinem Punkt das irgendwie verständlich ist. Wobei ich das ein bisschen sehr übertrieben fand, zu sagen, dass, äh, Pazifismus, äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren, weil es ist auch schon wieder fast eine Woche her, dass ich es gelesen habe. Aber hast, hast du es komplett gelesen? Irgendwie, dass Pazifismus schlecht ist? Also ich, ich kenne... Gute Zusammenfassung, sorry, Stahlmetaller, Alter. Ja, doch, ich, ich kenne diese, diese Theorie auch aus meinen, meinen linken Kreisen, dass man so ein bisschen Pazifismus auch, also Pazifismus ist ja auch eine Form von Nicht-Handeln manchmal, dass man sich irgendwie, ähm, dass man halt nicht handelt gegen Ungerechtigkeiten. Und es ist ja auch das, was Danger Dan in seinem letzten, äh, vorletzten Song, ähm, angesprochen hatte, dass halt im letzten Schritt, äh, Militanz gerechtfertigt ist, wenn man sich auf die Stadt nicht verlassen kann, und so weiter. Und, ähm, auch im Nationalsozialismus haben ja viele Menschen nicht gehandelt, weswegen es erstmal auch so hochkochen konnte. Das heißt also, dass die, die eigentlichen Nazis jetzt nicht die Masse waren, aber diejenigen, die sie halt passieren lassen haben, die haben halt dafür gesorgt, dass es so groß werden konnte, weil die keinen Gegenspruch bekommen haben. Und deswegen wird Pazifismus durchaus als, äh, also als kritikfähiges Dings gesehen. Das kann schon sein, in gewissen Formen zumindest. Und wenn es, auch gerade wenn es um diesen Nahostkonflikt geht, kann man, wenn man so wie wir zwei behaupten, dass Gewalt und Krieg immer schlecht ist, kann es eben durchaus als Antisemitismus ausgelegt werden, weil ja in den Augen vieler Leute Israel dieses, dieses Recht hat, äh, halt zu schießen, so. Oder die andere Seite, je nachdem, wessen Blickwinkel du betrachtest. Ich muss aber sagen, gerade jetzt am Beispiel des Dritten Reiches, da kann man wahrscheinlich, äh, 50 Punkte vorher finden, wo man hätte ohne Gewalt irgendwie das noch abwenden können. Hätte man das als Gesellschaft irgendwie organisiert gemacht. Ja, aber da wurde eben nicht gehandelt, so. Also auch weg von diesem Ganzen, von der Gewalt, aber auch da wurde halt ganz wenig gehandelt. Und es hieß dann, lass die einfach mal machen, so die NSDAP, so. Ist halt nur eine Meinung. Und dann konnten die halt hochkochen. Hm. Naja, gut, wir sind jetzt schon wieder 20 Minuten drin. Ich denke mal, das war's jetzt. Wir haben jetzt eh wieder 100 falsche Sachen gesagt. Und das ist auch okay. Und wir hoffen, wir hoffen auf kein Comeback von, von der Waffengewalt. Aber ein schönes Comeback, was ich mir lange gewünscht habe, ist Lena Meier-Landrut bei Instagram. Oha. Sie ist zurück. Ich hab mitbekommen, dass die irgendwie alle Beiträge gelöscht hat. Frag mich nicht, wieso. Auf irgendeiner Treckseite wurde mir das als so eine scheiß Werbung angezeigt. Und ich frag mich, wen interessiert das? Aber jetzt hab ich jemanden gefunden. Ja, aber hallo. Ich bin ein großer Lena Meier-Landrut-Fan gewesen, muss ich sagen. Ich hab die ersten zwei Alben richtig gefeiert. Die wollten ja auch noch zum Teil von Stefan Raab produziert. Und ich war auch auf einem Konzert von ihr in Frankfurt. Ja, ja. Und hab dann, als sie dann anfing, so ein bisschen, naja, beliebig musikalisch zu werden, dann nicht mehr ihre Sachen verfolgt. Aber ich fand sie immer schon irgendwie witzig. Und jetzt hat sie wohl ihre Instagram, nicht ihre Seite, aber ihre Beiträge alle gelöscht. Was ein Riesenskandal war. Und ich wusste in dem Moment, okay, das ist eine große PR-Aktion. Sie kommt bald wieder zurück, macht euch keine Sorgen. Weil das ist immer so der letzte Halm von Prominenten, wenn sie Aufmerksamkeit brauchen, irgendwas bewerben wollen. Erst wie damals Apecrime, oder was das gewesen ist. Ja, auf jeden Apecrime. Alle Profilbilder schwarz machen, Videos auf Privat stellen und alle reden drüber. Und dann kannst du mit einem Knall zurückkommen. So war es bei Lena eben auch. Die war jetzt in Babypause, hat die ja mit Mark Forster ein Kind gezeugt. Und feiert jetzt ihr großes Comeback mit einer EP, die rauskommen soll. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich musikalisch ausrichten wird. Ich tippe ja auf Death Metal. Ich glaube, die macht jetzt so Gameboy-Chiptune-Musik. Oh, das wäre richtig toll. Ja, also ich fand die ja am Anfang auch so ein bisschen niedlich so. Aber keine Ahnung. Das wurde dann irgendwie, es hat sich verlaufen. Also ja, die hatte ja einen richtig harten Hype mit Satellite damals. Oh ja, oh ja. Ja. Mit Recht auch. Die hatte schon eine coole Art und die ist ja irgendwie auch die Cousine von einem guten Kumpel von Kalle. Und ja, also da hatte man irgendwie so ein bisschen Bezug zu. Aber sonst, ja, also, puh. Ist ja jetzt nicht unbedingt Musik, die ich höre, aber gönn dir. Ja, so ein paar aktuelle Songs. Also nicht aktuell, aber so Stardust fand ich noch ganz gut von ihr. Also sie hat schon noch ein paar Songs, die man durchaus hören kann. Und ich finde ihre Stimme auch sehr interessant. Die klingt halt so ganz anders als viele andere. Vielleicht auch im Negativen. Also ich habe auch schon von GesangsexpertInnen gehört, dass ihre Stimme nicht so geil ist, dass sie nicht die beste Technik anwendet. Aber ich finde, gerade das macht so ein bisschen aus. Die richtige Technik. Singt sie mit dem Arsch oder was? Ja, zum Beispiel, ja. Nee, also was weiß ich, so falsche Atmung und manchmal so ein bisschen Pressen und so. Das kenne ich aus meinen Streams, die falsche Atmung. Da rede ich dann immer beim Einatmen. Ja, das kenne ich auch. Ja, jedenfalls das dazu. Und ich bin sehr gespannt auf die Meier. Oh, Alter, ich bin jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Das erste Video, was kam und wie einfach Deutschlands Elite sich hier versammelt, Alter. Enisa Amani, Frau Passmann, Silbermond, Stefanie Giesinger. Alle am Start, ey, ekelhaft. Ich finde auch, dass Lena so einen gewissen Typ Mensch hat. Also Lena Meyer-Landrut, dann Nora Tschirner und wie heißt denn die eine, war das Dagi Bee oder so? Es gab so drei Frauen, die sich total ähnlich sehen und auch ähnlich agieren und reden und so. Nee, du meinst Darum, glaube ich. Die hieß jetzt aber anders. Nicht Dagi Bee, das ist Quatsch. Dagi Bee, du meinst nicht so ein Blondchen, du meinst so ein Schneewittchen-Typ, oder? Genau, genau. Und die auch so spricht, wie die auch so eine YouTuber-Tusie. Ja, ja, Darum. Ich weiß nicht, wie die eigentlich heißt. Irgendwas. Das ist Nana, Nena, Nuna, Nanes, Dudus, Darum. Keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Nilam Farouk. Nilam, ich glaube, die meinst du. Ich weiß nicht, was die heute macht. Nee, die meine ich, die meine ich, glaube ich, gar nicht. Nee, die meine ich nicht, nee. Okay. Ist egal, ich reich's nach. Aber jedenfalls waren das so drei Frauen, wo ich mir dachte, die sind voll der gleiche Stil so, von Stimme, Sprache und Ausstrahlung. Ja, voll der gleiche Stil hat auch die CEO-Frau von YouTube, Susan Wojcicki. Und das nehme ich hier nur mit rein, weil ich es lustig fand. Ich habe seit langer Zeit mal wieder ein Drachenlord-Video gesehen. Der hat seine hunderttausend Abonnenten ja irgendwie vor ein paar Monaten geknackt und hat jetzt diesen Play-Button bekommen. Wozu man sagen muss, ich als Insider, der das Ding auch hat, man muss den halt selber anfordern. Es ist einfach nur schlecht, ja. Also man muss halt sagen, ey, darf ich dieses Ding haben? Und dann wird es dir zugeschickt. Also es ist kein, oh ja, du bist so geil, wir denken an dich, Dankeschön. Das ist scheißegal. Es gibt mittlerweile auch so viele Kanäle über hunderttausend. Und deswegen ist das nichts wert, aber das hätte ich jetzt auch bei jedem gesagt, nicht nur beim Drachenlord. Mir ging es darum, was sehr witzig war, er hat diesen Brief, diesen generischen Kackbrief vorgelesen, der da für jeden gleich drin steht. Und hat aber den Namen von diesem weltbekannten YouTube-CEO nicht vorgelesen. Vermeintlich, weil er ihn nicht aussprechen kann. Und das fand ich sehr witzig. Er sagt so, und hier ist die Unterschrift von YouTube-CEO. Und jeder, der halt YouTube-CEO googelt, kann das halt rausfinden. Sehr, sehr witzig. Ja, wie heißt die denn? Ja, Susan Wojcicki. Achso, Wojcicki, okay. Na, das geht ja noch. Von Aussprache her meine ich. Ja, es sieht halt ein bisschen komisch aus. Was auch ein bisschen komisch aussah, war der Hashtag Wüchsen. Hast du es gesehen? Ah ja, das wurde an mich herangetragen von Rosi. Die hat das in die Oase gepostet. Ja, ich habe es, glaube ich, auch da zum ersten Mal gesehen und dann auch ein bisschen verfolgt. Und es gab diesen Hashtag W-C-H-S-N, also Wüchsen. Und ich dachte erst, es wäre so etwas Sexuelles. Weil ich kenne das ja auch aus meinem Sexuell-Pädagogischen... Wichsen ist nichts Sexuelles. Nee, das macht Sachen sauber. So Schuhwichse und so. Genau, das war mein erster Eindruck, dass es einfach nur um Schuhpflege geht. Der zweite war dann, weil ich ja in diesem sexualpädagogischen Kontext bin, weil das ist irgendwie so ein Aufklärungsding irgendwie. Von wegen, Masturbation ist wichtig und gesund. Mach das mal so. Da habe ich aber gesehen, dass dieser Hashtag von Bibelfans ins Leben gerufen worden ist. Und die meinen gar nicht Wichsen, die meinen Wachsen. Hm, ganz klar. Jetzt frage ich mich, ob die so ein krasser Fan von Haarentfernungen sind oder was die jetzt meinen könnten. Ja, oder beim Skateboardfahren, wenn eine Kante nicht ordentlich grindet, dann muss der auch wachsen. Ich glaube, das meinen die. Ah, Skaterfreunde im Bibelkreis. Weil jeder weiß, dass Skateboardfahren der gottgegebene beste Sport der Welt ist. Und von daher ordentlich wachsen, jede Kante in der Stadt. Auch Jesus war Skateboarder, wissen nur die wenigsten. Ja. Es gab vor, boah, Alter, 13, 14 Jahren so ein Theaterstück. Mein Gott, ride the Skateboard. Und da war ich im Theater und ich fand es trotzdem scheiße. Du warst im Theater? Freiwillig, ja. Ei, 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 ei. Yes. Ähm, geil, Dino, geil. Und, wo wachsen wir jetzt hin? Äh, wir wachsen jetzt... Oder wachsen unsere Penisse in die kleinen Kinder, die in der Kirche Aushilfe geben, rein? Ah, das finde ich auch ein bisschen widersprüchlich. Weil ich dachte eigentlich, die wollen nicht, dass die Kinder wachsen, dass die eher klein bleiben. Weißt du, das finde ich auch wieder ein bisschen... Also ich verstehe diesen Hashtag wachsen nicht. Die Kinder bleiben klein, aber die Penisse werden groß. Ah. Das ist doch eine tolle Nachricht für die Kirche. Oh Gott. Ja, wundervoll. Ja, also es war witzig. Hashtag wachsen und dann hey, Bibel, lol. Es ist gut. Es ist gut. Tino, ich muss hier, bevor ich es vergesse, ich muss hier ein kleines Guilty Pleasure reinbringen. Das ist jetzt ein harter Cut und es ist jetzt nicht unbedingt News der Woche. Aber ich habe vor, weiß ich nicht, Alter, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, Alter, da waren wir gerade so noch im Radio zu hören. Was? Da habe ich... Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht. Was soll das sein? Radio? Hä? Ist das nicht tot? Wie unsere Zuhörer damals. Da habe ich über Fear the Walking Dead gesprochen, eine Serie, die ich da nur aus Guilty Pleasure halt gucke aus. Die ist so scheiße. Holy shit. Was passiert hier? Da habe ich davon berichtet, dass ein Mensch mit einer Axt, die ein anderer hochhält, also er schießt auf eine Axt, die eine andere Person hochhält, spaltet damit seine Kugel und schießt damit zwei Zombies gleichzeitig in den Kopf. Obwohl es schneller gewesen wäre, hinzurennen und die einfach mit dem Messer zu herstechen. Egal. Ja. Und diese Serie, die läuft immer noch und die braucht einfach einen fucking Platz im Serien-Olymp. Das geht gar nicht. Die ist so hart am fluktuieren mit der Qualität. Also Staffel 1 und 2 war so, ja, okay, kann man machen. Staffel 3 war richtig fucking geil. Staffel 4 und 5 war das allerletzte Aids, Alter. Staffel 4 war das dann mit dieser Dingsspalten. Und die hatten dann auch alle so einen räudigen Graufilter drüber, weil es ja Apokalypse und es war richtig widerlich auch anzusehen. Aber ich habe es halt immer angeguckt, weil ich dachte, okay, wie absurd wird es jetzt noch? Und jetzt Staffel 6 ist wieder so fucking gut, Alter. Ich muss es ja, das ist einfach so Wahnsinn, wie eine Serie so hin und her schwanken kann. Unfassbar. Ja, ich muss sagen, ich kann mit solchen Reviews oft nichts anfangen, weil ich von so vielen Leuten immer höre, auch jetzt bei American Horror Story, ja, Tino, Staffel 1 ist richtig geil, dann ist die 4 richtig schwach und dann wird es wieder richtig geil mit 5 und so. Und ich bin jetzt ziemlich weit bei American Horror Story und ich habe da irgendwie, also, weiß nicht, ich bewerte das immer irgendwie anders, als mir Menschen das so mitteilen. Und ich fand manchmal sogar das Gegenteil der Fall, wenn Leute gesagt haben, Staffel 3 ist geil, fand ich die irgendwie am langweiligsten und umgekehrt. Ja, aber ich glaube nicht, dass das hier so wäre, weil es ist wirklich, also Staffel 4 und 5 war auf der einen Seite so fucking dumm und langweilig und schlecht und auf der anderen Seite halt so over the top dumm. Also dieses Kugelspalten, das ist einfach großartig. Also man muss dazu sagen, das geht schon theoretisch, aber in der Situation war es A, völlig unlikely und B, völlig unnötig so. Das ist ein bisschen wie Riverdale. Das ist so eine furchtbare Serie, echt, die ist so konstruiert, das ist so eine moderne, wie kann man sagen, Dallas oder reich und schön Inszenierung, ja, wo die, wo es echt so über Drama ist, konstruiert, unrealistisch. Alle haben Zwillingsgeschwister, arbeiten heimlich fürs FBI und so, obwohl die erst 16 sind, das ist übelst konstruiert und ich weiß nicht, ich fand es zu cringy. Ich weiß nicht, wie mir Walking Dead gefallen würde, weil mich triggern solche Sachen eher, wenn ich merke, dass sich Autoren sehr leicht machen und Sachen vorausschaubar sind und irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, mich ja auch, aber wie gesagt, da war es halt so over the top, dass ich halt wirklich, ich saß immer da und so, oh nein, Alter. Und jetzt aber, gestern habe ich geguckt und saß da, what the fuck, das war richtig gut, Alter, das war richtig gut. Und auch einfach diese tonale Änderung, Staffel 1 ist so, ja, der Ausbruch der Apokalypse, Staffel 2 ist dann fucking Mexiko, was ist hier los? Dann Staffel 3 ist irgendwie Cowboys versus Indianer, Staffel 4 ist dann irgendwie ein Spin-off zu einer Hauptfigur aus der eigentlichen Hauptserie, der irgendwie rübergewandert ist. Der ist irgendwie, das ist so absurd, der ist aus der, weil das ist ja nur so ein Ableger aus der eigentlichen The Walking Dead-Serie, ja, so eine Unterserie sozusagen. Und der ist halt literally von der fucking East Coast zur West Coast gelaufen, über Jahre hinweg, um von der einen Serie in die andere Serie reinzugehen. Das war so dumm, Alter. Ein wahrer Fan. Die ist so, Alter, und dann dreht sich die Staffel komplett um ihn, der dann aber übelst scheiße ist, obwohl der eigentlich mal ein cooler Charakter war. Und dann, äh, weiß ich nicht, jetzt ist es halt so ein fucking Western-Movie. Es ist so geil, Alter. Ich liebe es. Gut, ich will es auch nicht zu lang machen, weil es ist keine News, aber das hat mich so mitgenommen. Warte, ganz kurz kann ich noch was anheften, was nämlich ähnliches Kaliber hat. Die Linda Lindas habe ich entdeckt für mich. Die Linda Lindas. Das ist eine Band aus 13-jährigen asiatischen Mädchen. Das ist dein Ding, das dachte ich mir. Die Punkrock machen, Alter. Das ist so fucking gut, Mann. Die Linda Lindas. Das ist dein Ding, ja. Nee, ach, fuck off, dass es Asiaten sind. Das ist irrelevant, aber als erstes gut. Kleine Mädchen. Ja, stimmt. Alter, diese, ich kann euch nur empfehlen, Alter, guck dir das nochmal an hier. Schon 76.000 Aufrufe. Ja, gestern hat es noch 3.000, als ich es in die Oase geschickt habe. Es ist so fucking gut. Racist, sexist, boy. Das wird dir auch gefallen, Tino. Das ist doch dein Regenbogen-Thema. Ich gehe mal zu YouTube und mache gleich mal meine Warteliste. Die Linda Lindas. Racist, sexist, boy. Und die machen halt fucking Punkrock, Alter. Es ist so gut. Und diese Schlagzeugerin, ey, das ist echt so fucking niedlich, Alter. Wie sie dann anfängt mit Schreien. Oh, es ist so gut. Und die sind halt ungelogen nicht schlecht. Also, die haben auch ein ganzes Konzert auf YouTube in einer fucking Bibliothek. Das ist Punkrock für 13-Jährige. Und kann ich nur empfehlen. Richtig fucking gut. Ja, die haben einen lustigen Stil. Ich sehe gerade ein Video, wo sie irgendwie so rosa Kleidchen tragen und coole Rockgitarren in der Hand und so weiter. Ja, es ist schon niedlich bestimmt. Es ist halt nicht niedlich. Es ist echt solider Punkrock, Alter. Und für fucking 13 ist das wirklich gut, Mann. Der Punk ist nicht tot, er ist in Japan. So wie Rob in 1. Ich glaube, das war jetzt rassistisch von dir, weil das sind keine Japaner. Ich glaube, das sind chinesisch-hintergründliche Amerikaner oder so. Hast du nicht gerade Japaner gesagt? Ich habe es gerade falsch verknüpft, weil du jetzt gerade, weil du, ja. Ich war mal in Japan, ja. Ja, ja. Es tut mir leid, es sind asiatische Menschen. Ich habe irgendwie gerade Japaner im Kopf gehabt, dass du es gesagt hast. Du bist dieser racist, sexist Boy. Der Song geht um mich. Endlich, ein Song über mich. Geil. Ja, endlich ein Song über mich könnte auch jemand anderes sagen. Nämlich Amorant. Amoranth. Was? Weil die ganze Welt redet über sie. Zumindest die ganze Twitch-Welt. Wer ist Amorath? Amoranth. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird oder Amorant oder wie auch immer. Ist mir eigentlich auch egal. Das ist das Vorzeigemädel, was Hot-Tub-Streams angeht. Ist dir das ein Begriff? Also Hot-Tub, also heiße Badewanne. Richtig. Weil Twitch mit seinen Richtlinien ja so ein bisschen schwammig ist. Wenn man einmal einen Witz unter der Gürtellinie macht, könnte schwierig werden. Aber wenn du dich halt irgendwie vor der Kamera in Bikini, in sehr knappen Bikini, in einer Badewanne rekelst, dann ist okay. Lass mich raten. Die sitzt irgendwie in so einer Badewanne oder in einem Pool, hat einen ganz knappen Bikini an. Man sieht quasi alles. Sie hat einen Controller in der Hand, spielt irgendwas, aber keiner achtet auf das Gameplay. Und sie will überhaupt nicht auf ihr Äußeres reduziert werden. Witzig. Also exakt das passiert ja gerade, wenn ich hier gerade Twitch offen habe. Sie ist exakt in dieser Sekunde live und macht genau das. Ja, aber klar, ich habe es gerade so ein bisschen hellmisch kommentiert. Ich finde es halt voll okay, wenn sie das macht irgendwie. Ja, natürlich. Das ist halt auch eine Form von Feminismus und Freiheit und so weiter. Das ist alles voll cool. Es ist halt für mich, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen, ich wollte es nicht sagen, aber ein bisschen billig. Ich weiß nicht, man kann halt ganz, ganz einfach auf diese Weise Zuschauer generieren. Ah und, ah ja, also es ist kein Content für mich. Ich würde es vielleicht als Frau genauso machen, aber es geht ja auch weniger darum, dass das, also mir zumindest, keine Ahnung, wie es der Mehrheit geht. In Amerika ist das ja immer so ein Thema, oh, Sex, das dürfen wir nicht in der Öffentlichkeit und so. Und dann gehen sie alle zu YouPorn oder was auch immer. Mir geht es eher darum, dass das halt so ein bisschen, bisschen schwammig ist, weißt du, in welche Richtlinien durchgesetzt werden und in welche Richtung nicht. Aber die eigentliche News ist ja, weil das macht sie schon eine ganze Weile, dass sie jetzt ihre Werbung verloren hat, heißt, sie kriegt kein Geld mehr mit Werbung. Und da hieß es jetzt auch so, ja, ist ja eh der kleinste Teil, aber sie hat dann auf Reddit dazu gesagt, das sind 35.000 bis 40.000 Dollar im Monat, die da jetzt wegfallen. Also sie kriegt ja trotzdem noch Subs und Spenden, aber Werbung vom Stream gibt ihr kein Geld mehr. Und hier kommt nämlich der Twist, Tino, es läuft teilweise trotzdem noch Werbung, sie bekommt nur kein Geld mehr dafür. Ja, wie bei YouTube, oder? Also ich habe jetzt den Podcast gehört von Jan Jester und Imp. Und da haben sie auch viel über solche Sachen gesprochen, so über Werbefreundlichkeit und so weiter und dass ja das einigen vorenthalten wird und es sehr willkürlich ist. Und da habe ich auch dazu gelesen, dass YouTube aktuell tatsächlich Werbung schaltet bei jedem, auch der nicht Partner ist und das gar nicht will und dann diese Creator gar nicht beteiligt. Ich glaube nicht, dass es bei jedem Video ist, sondern dass es vorkommen kann auf jeden Fall und auch je nach Views vermutlich oder so. Ja, aber es kann halt sein, dass theoretisch, auch wenn Coldmirror jetzt jahrzehntelang schon Videos macht, ohne Werbung zu schalten, dass sie jetzt bei ihr anfangen, Werbung zu schalten und dann abzukassieren, obwohl sie das gar nicht wollte. Könnte sein, aber ich wollte nur sicherstellen, also ich wollte klarstellen, dass nicht jedes YouTube-Video gerade mit Werbung hinterlegt ist. Nee, das stimmt, das stimmt, ja, das habe ich gar nicht gemeint, aber das stimmt, es kam so rüber, ja. Ja, und das ist halt Doppelmoral par excellence, also das ist ja, hey, das ist hier gar nicht okay, was du machst, da darfst du jetzt kein Werbegeld mehr mit verdienen, aber wir lassen trotzdem Werbung laufen. Also ich muss dazu sagen, ich bin gerade auf den Channel gegangen, da lief keine Werbung, aber es kam halt, oh, Alter, in den letzten Tagen noch Werbung bei ihr. Vielleicht ist sie mittlerweile wegen dem Backlash halt abgestellt worden, who knows, aber das ist halt einfach nicht cool. Du scheinst sehr oft bei ihr auf dem Kanal zu sein, hm? Ich habe halt diese News überprüft, ich kann dem gar nichts abgewinnen, ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht so die große Vorliebe für solche großen Ocken, völlig fein, aber ich weiß nicht, das ist... Und du googelst ja auch jeden zweiten Abend nach 13-jährigen chinesischen Mädchen und kamst jetzt halt manchmal spontan auf irgendwelche Punkbands. Das war ein Reddit-Post bei Public Freakout. Jetzt steht sie auf und malt sich, sie malt sich halt die Leute auf ihren Körper, das habe ich erfunden, hallo? Das ist scheiße, was die macht. Anzeige ist raus, oder? Ja, auf jeden Fall. Alte Anzeigen. Ja. Wer auch eine Anzeige bekommen hat, genau, ich habe noch so einen kleinen Blog an Sachen, die ich nur kurz abhandeln möchte, weil wir jetzt schon bei Minute 40, 41 sind. Es gab doch jetzt so ein paar Fotos, weil wieder Flüchtlingsboote gekentert sind und so weiter und da Menschen geholfen haben, die das halt zum Teil privat machen aus Eigeninitiative und Vereine und so, aber auch die Polizei zum Teil. Und da gab es eine Flüchtlingshelferin, die heißt Luna und die hat auf einem Foto einen entkräfteten Geflüchteten Trost gespendet in den Arm genommen, weil er geweint hat, er weiß, was da passiert ist. Und da gab es jetzt einen riesigen Shitstorm und Bedrohung gegen diese Frau und um ihr so ein bisschen entgegenzuwirken, gab es diesen Hashtag Gracias Luna, um halt Solidarität zu bekunden, um halt zu zeigen, dass nicht alles Arschlöcher sind und dass man das supportet, dass sie halt da Menschen tröstet und Menschen rettet. Und das fand ich halt ganz wichtig. Und in dem Zuge ging noch ein Foto sehr viral, das wurde mir echt von einigen Leuten zugeschickt per Facebook und Instagram. Und zwar wie ein Polizist, also ein Mann, ein Baby in den Händen hat und dabei halt im Meer schwimmt und das ist dadurch entstanden, dass wieder ein Flüchtlingsmord gekentert ist und er hat dieses Baby dann gerettet vor dem Ertrinken. Und es ging richtig krass viral, es war vor der spanischen Küste, hat auch Martin Sonneborn geteilt und so unter dem Motto, während wir hier diskutieren über irgendwelche Initiativen, ob sie auf dem Meer Menschenleben retten dürfen, passiert eben genau das, dass hier Babys rein weißer Ertrinken. Und hier ist halt nur ein Foto und ein Geschehen ist von vielen, was man jetzt mal hier sieht und was halt verbreitet werden sollte. Und das fand ich halt wirklich sehr wachrüttelnd erneut, dass halt echt jeden Tag sowas passieren kann und auch teilweise passiert, dass kleine Babys auf diesen Booten sind und kentern und Mütter ihre Kinder verlieren oder kleine Familien ganz aussterben. Und das ist genau das, also wenn ich mich daran erinnere, vor zwei, drei Jahren, als bei Pegida noch gerufen wurde, absaufen, absaufen und so weiter, dann wollen diese Menschen genau das. Die wollen diese Bilder haben, wie kleine Babys da irgendwie ertrinken und an den Strand gespült werden und das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Jein, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube nicht, dass die das oder die wenigsten das wirklich per se wollen. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach diese Entschme... Alter, sprechen am frühen Morgen. Entmenschlichung. Das haben wir in Hongkong gesehen, das sehen wir unter anderem jetzt beim Nahostkonflikt auch wieder, dass diese Leute die anderen einfach in irgendeiner Form halt nicht als gleichwertige Menschen wahrnehmen. Und dadurch, also das will ich jetzt gar nicht verteidigen oder in Schutz nehmen, ich will es eher erklären. In Hongkong war es zum Beispiel so, dass die Polizisten die Hongkong-Protestierenden als Roaches, also als Kakerlaken bezeichnet haben. Ja. Das war da so ein fester Kampfbegriff sozusagen. Und wenn du die nicht halt als Menschen wahrnimmst oder als gleichwertig, dann fällt dir das halt viel leichter, irgendwie solche dummen Aussagen zu treffen, absaufen, absaufen. Ja, aber das meine ich eben, sie wollen ja genau das dann bezwecken, wenn sie halt rufen, die Menschen sollen da absaufen. Und wenn ich dann in den Kommentaren gesehen habe bei diesem Bild, als vor ein paar Jahren dieses Kleinkind wirklich gestorben ist und dann am Strand lag, so auf dem Bauch lag, wo dann Leute geschrieben haben, irgendwie ein Drecks viel weniger, dann ist das eine kleine Entmenschlichung. Und ich, weiß nicht, also ich finde eben schon, dass sie genau das wollen, wenn sie bei Pegida absaufen rufen, dann wollen sie, dass die Menschen absaufen, auch wenn in ihren Köpfen das keine Menschen sind. Ja, ich würde halt sagen, dass dieses Phänomen eher dafür sorgt, also auf diese Distanz jetzt, dass es halt so abstrakt ist, dass da halt einfach weniger Empathie ist. Ja, genau. So, aber ich glaube halt nicht, dass der Großteil der Leute wirklich will, dass die Leute alle absaufen. Die sollen wahrscheinlich einfach da bleiben, wo der Pfeffer wächst oder so. Dann hätten sie ja rufen können, da bleiben, da bleiben. Das ist nicht so catchy. Ja, ich will das gar nicht in Schutz nehmen, das klingt jetzt schon wieder so, aber, ne, es ist halt ein Problem, deswegen, ja, Reisen ist schlecht für den Rassistus, sag ich mal. Die Leute kommen halt nicht raus aus ihrem Drecksdorf, so, sehen irgendwie keine Leute, die irgendwie anders sind, um dann zu sehen, hey, die sind zwar in irgendeiner Form anders, aber die sind mir ja voll ähnlich, so. Ja. Deswegen, äh, geht mal nach Japan oder nach Syrien. Ja, gute Idee. Nach Japan, also wirklich. Oder hört mal die Linda Lindas, die sehen wenigstens asiatisch aus, auch wenn die, glaube ich, aus Amerika sind. So, das große Thema, was hier jetzt noch für mich im Raum steht, Dino, weil ich muss da nochmal drauf umbashen, sind die Upload-Filter. Denn, die wurden jetzt offiziell beschlossen, federführend von SPD und CDU, SPD, die sich noch in Vergangenheit damit gebrüstet hat, unter unserer Fucht wird es nie Upload-Filter geben. Da gab es jetzt das große Urteil im Bundestag, die Upload-Filter kommen. Ich weiß nicht ganz, was sich gedreht hat, weil eigentlich war so die Deadline immer der siebte, sechste. Jetzt heißt es aber, in Deutschland am 1.8. treten die Upload-Filter in Kraft. Das heißt, bis dahin muss ich noch schön viele Urheberrechtsverletzungen machen. Und dann werden wir vielleicht in einer anderen Welt sein, Dino. Ob es eine bessere sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß gar nicht, ob diese Upload-Filter auch rückwirkend wirken, ob dann auch alte Videos ein bisschen abgecatcht werden. Ich hatte das auf jeden Fall schon mal gelesen, dass halt dieser Artikel 13-17 eigentlich dann auch rückwirkend, was halt völlig absurd ist. Dann würde halt instant 90% aus dem Internet rausgenommen, weil das auch so gemacht wurde, dass es nicht landesspezifisch irgendwie ist. Also eigentlich ist es ja nur ein europäisches Gesetz. Ich weiß nicht mehr genau, wie rum es geregelt wurde, aber wenn du irgendwie als Europäer aus Amerika was hochlädst oder so, dann trifft dich das auch irgendwie so. Und so können sie theoretisch über die ganze Welt hinweg. Ich will jetzt keine Scheiße labern, aber irgendwie so war das. Ist eine Weile her, dass ich das gelesen hatte. Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass die Grünen gerade im Aufwind sind. Aber die Grünen haben sich in den letzten Jahren auch aus diesem Thema fast schon rausgehalten. Und ich glaube, es war im EU-Parlament, wo die Grünen sich bei der Upload-Filterfrage enthalten haben tatsächlich. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, keine Ahnung. Also ich, Richard David Precht, verfolge ich ja hin und wieder mal. Und der hat wieder irgendwie in so einer Sendung ein bisschen erzählt. Und da fand ich die Idee eigentlich ganz gut. Die Grünen sollten sich mal aufspalten in die Leute, die es ernst meinen und die Leute, die es nicht ernst meinen. Und das würde dann dabei helfen, sinnvolle Dinge in die Wege zu leiten. Weil dieses Larifari, das bringt halt nichts. Also das klingt jetzt wieder so... Ja, aber im Endeffekt ist es so, Alter. Wir kriegen das nicht hin, ohne Verzicht und ohne radikale Änderungen die Klimakrise in irgendeiner Form halbwegs okay zu überstehen. Es wird nicht gehen, ohne Verzicht so. Aber welcher Politiker will denn das Wort Verzicht in den Mund nehmen? So, wählt mich. Wenn ihr mich wählt, dann dürft ihr dies nicht mehr und das nicht mehr. Das fängt ja jetzt schon an mit den Inlandsflügen. Da wird ja auch direkt schon ein Fass aufgemacht so... Was? Ich muss jetzt Zug fahren! Ja, also ich kann das gerne machen. Ich bin gerne der Politiker, der Verzicht fordert. Ich bin der Verzichtpolitiker. Ich trete ja sowieso für die Landtagswahlen an. Das kann ich jetzt mal ganz unparteiisch hier mitteilen. Es gibt auch noch andere Kandidaten und so und Kandidatinnen von den Grünen, von den Blauen und den Gelben. Aber auch die Partei wird antreten und ich werde hier Kandidat sein für Weimar, für den Landtag. Und ich werde der große Verzicht-Kandidat werden. Als allererstes verzichten wir auf Nazis, habe ich das Gefühl. Danke. Du linksradikaler Versifter. Ich habe jetzt für dich gesprochen. Dankeschön. Wählt mich und wir üben uns in Verzicht. Als allererstes Nazis. Dann gleich. Es gab wohl jetzt auch einen Querdenker, der in... Wo war das? Bad Kreuzner. Da ein Polizisten angehustet hat während einer Demo. Der darf jetzt 6.000 Euro bezahlen an Strafe. Das fand ich richtig krass. Bezahlt er das hoffentlich auch an den Polizisten? Äh, weiß ich gar nicht. In dem Fall würde ich auf eine Demo gehen wollen, solange Leute provozieren, bis sie mich anhusten. Geschäftsmodell. Es ist mir einmal passiert. Das habe ich auch irgendwo gepostet. Das ist aber schon ewig her. Da bin ich zugefahren. Da saß mir so ein, ich glaube, FC Bayern-Fan im ICE gegenüber. Das war doch vor der Maskenpflicht. Und hat mir voll ins Gesicht gehustet. Und sich nicht entschuldigt. Und ich dachte, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und habe mich dann demonstrativ weggesetzt von dem. Ich fand das so eklig. Dem hast du es gegeben. Ja. Ich war perplex. Seines Lebens nicht mehr froh. Ich war perplex. Ja, es ist schon echt räudig. Alleine, Alter, was... Auch wenn die irgendwie so räudig die Faust vor den Mund halten oder so. Also jetzt auch pre-Corona und so. Was da teilweise für Geräusche aus diesen Korpussen da rausgeeiert werden. Warte, Korpi ist, glaube ich, die Mehrzahl. Ich hatte doch mal sieben Jahre Latein. Egal. Was da... Alter, die haben einen Klangkörper. Und wenn da auch noch so ein schleimiges... Mitkommt, Alter. Wie der nicht... Wach. Und noch ganz kurz zum Thema Wahlen habe ich noch als kleinen Punkt aufgeschrieben, dass jetzt eure Chance ist, liebe Leute. Denn für die Bundestagswahlen wurden die Hürden gesenkt. Das heißt, man muss ja immer... Oder man muss immer noch... Damit die Behinderten jetzt auch rein können. Ich sage mal, die sozialbehinderten Leute, die wenige Freunde haben. Denn man musste ja immer diese Unterstützerunterschriften sammeln. Das waren, glaube ich, pro Bundesland, wo du auf dem Zettel stehen wolltest, 2000 oder so. Für deine Wahlliste. Das wurde jetzt gesenkt auf... Ich glaube, 500 oder... Also es ist nur noch ein Viertel davon. Aufgrund der Corona-Pandemie. Das heißt, du musst weniger Unterschriften sammeln, dass du antreten darfst zur Wahl. Geil. Da musst du ja nur einmal im Chat bei mir posten. Da bin ich ja direkt im Bundestag quasi. Und für KandidatInnen, glaube ich, sogar noch weniger. Also Einzelkandidaten müssen so... Weiß ich nicht. Ich musste immer so 200 oder so sammeln. Das ist auch viel weniger. Also wenn ihr in den Bundestag wollt, wenn ihr kandidieren wollt, jetzt ist das richtige Jahr dafür. Spult mal fünf Sekunden zurück. Tino hat gerade das N-Wort gesagt. Innen. Was? Innen. Genau. Genau das meinte ich. Ja, ich habe dann hier noch eine Statistik gefunden, die ich ansprechen wollte. Und dann habe ich hier noch eine kleine Sache. Sehr klein. Nämlich Küken. Oh ja. Küken schreddern wird doch noch verboten. Was ist das? Das hat ja jeder Briseron, Waxel, Alex, schieß mich tot, tausend anderen Namen, Aaron geschickt. Ja, ich muss sagen, ich finde das auf den ersten Blick hört sich das erstmal richtig gut an. Ja, es werden keine Küken mehr geschreddert. Aber die andere Seite ist ja, dass diese Massenzucht von Tieren ja trotzdem stattfindet. Und dass diese ganzen Weibchen ja trotzdem noch ausgebeutet werden und dass es durch die Eier gewonnen wird. Und die Männchen sind halt in dieser Produktion nicht sinnvoll und werden dann gleich geschreddert. Und da das nicht mehr passiert, was machen die denn mit den ganzen Millionen Küken auf einmal jetzt? Alle großziehen? Also, das wird ja auch nicht gut gehen. Das wird ja auch eine Tierquälerei und eine Massentierhaltung. Also, ich verstehe es nicht so richtig. Ich bin nicht irgendwie im Eizustand irgendwie. Also, ich muss da sagen, ich habe jetzt diesen, sorry, Aaron, ich habe jetzt den Artikel nicht nochmal durchgelesen. Ich war auch gerade skaten, als ich die Nachricht gesehen habe. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden erstmal, weil er meint es so, warte, dass quasi erstmal überprüft wird, ob es männlich werden sollte. Und dann war meine Frage, okay, ist das dieses Gendern, dass man erstmal die Küken fragt, willst du Mann oder Frau sein, bevor man sie schreddert? Als was sie sich identifizieren? Ah, ja, okay. So ist es aber nicht. Also, ich glaube, die werden jetzt irgendwie als Ei schon, ach, was weiß ich, im Endeffekt ist halt alles scheiße, meine Fresse, ey. Wir werden auch mit Kükenproduktion nicht so weitermachen können. Ja, jetzt könnte man eine ganz bitterböse Karikatur zeichnen von einem männlichen Küken auf dem Weg zum Schredder, was sich irgendwie eine Perücke aufsetzt und ein Kleid anzieht und sagt, ich definiere mich aber als Frau. Und dann irgendwie nicht, ja. Ja, das ist nicht böse, das ist witzig. Und trotzdem geschreddert wird, weil es ja kein Eier legen kann. Ach so. Naja, gut. Ja, eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, weil ich habe da eine Statistik gefunden. Es wird zwar an sich nicht alles schlechter, so, aber in den letzten zehn Jahren, das ist eine Statistik von 2020, in den letzten zehn Jahren ist, ähm, sind die Unruhen auf der ganzen Welt um 282 Prozent gestiegen und Generalstreiks um 821. Das ist schade. Das ist echt hart. Ja. Europa hat tatsächlich die meisten Aufstände und Streiks gehabt, allerdings nur 35 Prozent der rund 1600 Vorfälle insgesamt als gewaltsam eingestuft. Aber dieser Trend, ich meine, was haben wir denn die letzten Monate hier auch alles besprochen, Alter? Gaza, Chile, Philippinen, Hongkong. Ja, Hongkong war ganz krass. Und Wuhan kann man vielleicht auch mit reinziehen. Belarus, Alter. Kolumbien, Ukraine, Syrien, Afghanistan, Myanmar, überall. Aber zählen da auch die Sachen in Deutschland, wenn jetzt irgendwie so ein paar Puppel-Reichsbürger da den Reichstag stürmen wollten? Wahrscheinlich. Sowas würde da, denke ich, mal zählen. Oder die Gelbwesten vor ein paar Jahren in Frankreich. Ja, ja. Ja, Frankreich hat da eh sehr viele Proteste. Die gehen ja, wenn das Croissant kalt ist, gehen die ja schon auf die Straße protestieren. Das war rassistisch. Ja, ich hasse Franzosen. Das darf man nämlich sagen. Übelst absurd ist, Mann. Warum darf man Franzosen bashen? Ob du das sagen darfst, das entscheiden andere. Als Gag so, weißt du? Ja. Ich meine, ich kenne doch nicht alle Franzosen. Ich hasse die natürlich nicht so. Echt nicht? Ich kenne sie alle. Aber es ist völlig okay, so diesen Gag. Haha, Franzosen sind dumm, die essen Käse. Nee. Ob die echt dumm sind, kann man daran erkennen, jetzt am CSD heute Abend oder für euch zuhörenden Menschen. Gestern war der ESC, also der Eurovision Song Contest. Und da bin ich ein riesen Fan von. Und es gab letztes Jahr schon so Teilnehmer aus Island, die einen richtig geilen Song gemacht haben. Und die konnten aber nicht antreten, weil der Song Contest ausgefallen ist. Und durften dann aber nochmal antreten, jetzt dieses Jahr quasi. Und dürfen wieder nicht auftreten live, weil einer von denen auf Corona getestet worden ist. Und jetzt wird quasi aus den Proben ein Video eingespielt, um das zu kompensieren. Und ich bin sehr gespannt, ob die es nach ganz vorn schaffen. Und wer gewinnen wird. Der deutsche Beitrag ist richtig außergewöhnlich dieses Jahr. Also die letzten Jahre war es immer so beliebig und langweilig. Also wir versuchen es dieses Jahr sehr mit Positivity und mit ein bisschen Ulk, sag ich mal. Ein bisschen Ulk. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich sage jetzt einfach mal, Griechenland gewinnt. Ich kenne den Beitrag gerade nicht spontan. Die brauchen mal was Positives im Leben. Die brauchen das. Ja. Okay, aber du hattest eben noch die Querdenker oder was auch immer, die Reichstagsstürmer angesprochen. Da habe ich hier noch eine letzte Sache, die ich auf Twitter gefunden habe. Große Querdenker-Demo ist heute ab 12 Uhr für Frieden, Freiheit und Grundrechte. Also jetzt gerade fängt das an. Und da wurde der Marschweg gepostet. Das Ziel ist der große Stern in der Mitte von Berlin. Und es gibt irgendwie vier Startpunkte, vier verschiedene Demos, die sich dann in der Mitte treffen. Und ich schicke dir das jetzt mal bei Telegram. Und dann kannst du mal gucken, wie das so aussieht. Was dir da in den Sinn kommt, wenn du das so siehst. Oh nein. Also ich glaube, das ist Zufall, Robin. Das ist ganz, ganz großer Zufall. Das ist wie ein Hakenkreuz aussieht. Es sieht aus wie ein Hakenkreuz, ja. Das ist auch gerade Trend in Deutschland. Das ist sehr, sehr witzig. Da steht auf Twitter dann Trend in Deutschland, Hakenkreuz. Ist es denn wieder soweit, ja? Aber ich muss sagen, auch hier haben sie wieder geschusselt. Also wenn du oben siehst, hier in der Stadt, in der Schanenweberstraße, Karl-Schumacher-Damm, da hätten sie den Winkel anders machen müssen. Also eher nach, nach... Nee. Warte mal, wo stimmt's denn nicht? Irgendwo stimmt's nicht. Irgendein Haken ist falsch. Ja, oben glaube ich. Aber ich hab's gerade nicht mehr offen. Ja, nee, es wirkt komisch. Aber ja, es ist auf jeden Fall erkennbar ein... Es wirkt, ich interpretiere es als Hakenkreuz. Aber es kann auch ein Zufall sein. Kann auch das Friedenssymbol sein, ja? Ist ja auch eine Demo für Frieden. Ich hab einmal auf den Trend gedrückt auf Hakenkreuz und ich seh schon wieder so viel Dummheit, Alter. Hakenkreuz ist im Trend. Ist der Himmel jetzt ein Nazi? Und sollte man ihn wegen bösen Symbolen anzeigen? Weil der große Wagen halt um den Polarstern, äh, oder den Nordstern, äh, rotiert. Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das formt dann ein Hakenkreuz. Und was ist mit globalen Völkern, die die Swastika seit tausend Jahren als positives und universelles Symbol verwenden? Ähm, ich verstehe auf der einen Seite natürlich den Ansatz zu sagen, okay, eventuell ist das Zufall. Mhm. Es wäre aber ein sehr komischer Zufall und man muss sich jetzt nicht unbedingt drüber aufregen. Aber, also, es ist schon ein komischer Zufall. Ja, von vielen. Also, es gibt immer so diese kleinen, kleinen Nazi-Zufällchen. Noch ganz kurz dazu passt auch gerade eine aktuelle Meldung, dass der Chef der Jungen Union in irgendeinem Kreisverband, ähm, muss jetzt zurücktreten, oder ist zurückgetreten, weil ein Video aufgetaucht ist, auf dem er halt den Hitlergruß macht, äh, auf irgendeiner Privatparty angetrunken und er auch nur als Erklärung abgegeben hat, ich habe nur ganz kurz den linken Arm gehoben, das war kein Hitlergruß. Dummer Zufall, erneut. Ja, also, das Ding ist nämlich, ich habe das ja mal auch gemacht, das sieht man, glaube ich, sogar bei, ähm, Baywatch in Real Life war das, da habe ich mich auch vor so einer Gruppe Asiaten gesetzt und habe auch, wie jetzt hier bei Andreas Gabayer, ich glaube, ein neues Album oder so, so ein Albumcover, wo auch einer so eine, so eine Pose macht, so mit angewinkelten Beinen. Er selber war das, ja. Ach, er selber ist das, keine Ahnung. Und, ähm, also, so eine ähnliche Pose habe ich quasi vor diesen Asiaten gemacht, einfach nur, um fürs Foto zu posen und da kam mir halt dann auch so ein Mann übelst aggressiv entgegen, äh, was mir einfällt, jetzt so ein Hakenkreuz auf deren Foto zu machen, ob ich nicht irgendwie völlig am Leben vorbei bin und das, Alter, das hat mich so wütend gemacht, wie dumm dieser Mensch in diesem Moment war. Ja. Mir das zu unterstellen, es ist halt hier nochmal was anderes, ne, aber so. Ja, manche wollen sich auch einfach aufregen, also da kannst du nichts machen. Warte, ich schick's dir grad mal spontan das Bildchen vom Andreas. Das ist er ja selber, glaub ich, ne? Mit dieser komischen Elvis-Tolle. Ja, ich kenn den halt nicht. Ach so, ist ja nicht schlimm. Also ich kenn den Namen, aber ich würde den jetzt nicht erkennen. Ich hab auch noch ganz kurz eine, eine Rush-Nachricht, die ich auch noch erzählen wollte zum Thema Nazis. Bekanntlich sind die ja mit UFOs davongeflogen auf dem alte Baran und jetzt sind tatsächlich auch vom US-Militär bestätigte Aufnahmen geleakt worden von UFO-Sichtungen, die irgendwelche Kriegsschiffe aufgenommen haben. Und es gibt jetzt seit ein, zwei Jahren eine Taskforce im Pentagon, die sich beschäftigen mit UFO-Sichtungen und legen jetzt zum ersten Mal Aufnahmen und auch Berichte offen im Kongress und diskutieren darüber. Und Obama, Obama muss auch schon vor ein paar Jahren berichtet haben, also noch, war er da noch Präsident? Ich weiß es gar nicht. Hat berichtet, dass es halt so was gibt, irgendwelche Berichte und Aufnahmen, wo man sich nicht ganz sicher ist, aber man die noch unter Verschluss hält. Und jetzt werden die ersten tatsächlich veröffentlicht. Und ich hab auch schon die Videos gesehen. Aber nicht erst die fliegende Pyramide, oder? Nee, aber schon so untertassenlike, wie viele Fakes, die man so finden kann, so sehen die Aufnahmen des Militärs tatsächlich aber auch aus. Also auch die würde man nicht erkennen unter diesen ganzen UFO-Fakes, die es so gibt. Auch die sehen aus wie so komische Untertassen, die halt so rumfliegen und sich ganz komisch bewegen. Also man darf gespannt sein, was da die Taskforce noch rausfindet. UFO heißt halt literally unbekanntes Flugobjekt und nicht... Ja, es ist ja richtig, aber... Es gibt es ja auch auf dem Meer, da gibt es ja auch so unbekannte Schiffobjekte oder wie das heißt. Schwimmer, keine Ahnung, wie das heißt. Auch das heißt ja nicht, dass aber hier unterirdischen, außerirdischen da rumfliegen. Aber diese Aufnahmen, die sehen echt... Unterirdische, außerirdische. Ja, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass es... Also sie wirken trotzdem relativ seltsam, wie die halt... Was sie für Flugverhalten haben. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Es kann sein, dass es auch solche Fluggeräte gibt auf der Welt, die bekannt sind. Keine Ahnung. Auf mich wirken die nicht anders als irgendwelche anderen UFO-Aufnahmen, die aber fake sind oder auch Science-Fiction-Filmen. Okay. Tino, was geht bei der Woche? Ähm... Lass mich kurz drüber lesen. Ist nicht so der Wahnsinn. Ich weiß, Lena, 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 aber darüber hinaus... Lena ist ein Riesending. Ja, ist ein Riesending. Die ist gar nicht so riesig. Die ist ein ganz zierliches. Aber ist sie nicht, wie groß ist denn die? Ist sie wenigstens ein bisschen groß? Oder ist sie auch sehr klein? Das weiß ich halt nicht. Lena Meyer-Landrut ist 1,68 Meter. Ja, also kleiner als ich. Also klein. Und 29 Jahre. Ich definiere auch alles so. Also wer kleiner als ich ist, ist auch klein, objektiv. Und wer größer als ich ist, ist allgemein größer. Also ein großer Mensch. Ah, okay. Ist ja klar. Ich finde die Woche nicht so hart. Also ich muss sagen, ich bin maximal bei einer 5. Aber es kann auch gerne noch tiefer sein. Ich fand es nicht so spannend. Diese Woche. Weißt du, same old, same old, nahe Ost. Ja, ach so. Leonardo DiCaprio. Wuhu. Der will 43 Millionen Dollar spenden. Die machen aggressive Musik, wenn er sie ausgibt. Und zwar um die Galapagos-Inseln irgendwie zu restoren. Mal gucken, ob das gelingt. Ja, das habe ich vergessen. Das gibt einen Charity-Punkt oben drauf. Everybody's Darling. Guter Mann. Ja, würde ich irgendwie mitgehen. So 4,5. Ja, mach mal so. Ich meine, man stumpft ja ab, ne. Ja, dann ist halt hier der Doktor mit seiner zwölfköpfigen Familie halt ausgelöscht worden. Aber wie viele Doktoren gibt es denn da noch? Weißt du, das ist ja same old, same old. Wie es halt so ist. Kann ich nicht herifizieren. Ich habe das gar nicht gehört. Das ist übrigens gerade sehr zynisch, liebe Leute. Ja. Ich habe das gar nicht gehört mit dem Arzt. War das also während der Waffenruhe? Das ist gestern passiert. Vor einem Tag. Dr. Ayman Abdallah. Abu Al-Uf. Der von ProSieben, oder? Heißt ja nicht auch so, Ayman Abdallah? Das habe ich gesagt, um diese Anspielung zu machen. Ach so, ich entschuldige mich. Heißt nicht wirklich so. Dann 4,5. Ja, und es war halt auch ohne Warnung. Einfach drauf, bam, bam, bam. Egal. Ja, es ist Dreck. Jetzt haben wir das Thema nochmal aufgefasst. Da können wir nochmal flammende Kommentare erwarten. Stallmetaller, ich hoffe, du bist uns nicht böse. Ich bin nicht ganz deiner Meinung bei manchen Sachen. Das Ding ist, du bist da anscheinend sehr tief drin. Und wahrscheinlich, ich will jetzt nicht dieses Wort triggern verwenden, aber wenn dann halt so ein Thema angesprochen wird, wo man eine gewisse Leidenschaft für hat, sage ich mal vorsichtig. Ja, wenn mir jetzt einer ankommen würde und mir erzählen wollte, wie gut Longboards sind, da würde ich wahrscheinlich auch den Finger heben und sagen, ah, Moment. Aber dennoch habe ich ja vielleicht eine Art Brille auf, was dieses Thema angeht. Weil eigentlich sind Longboards ja völlig wertungsfrei. Aber ich sage halt, Longboards sind scheiße, weißt du. Ja. Ich habe jetzt Longboards mit dem Nahostkonflikt verwendet. Skateboards versus Longboards ist gleich Israel versus Palästinenser. Wir haben noch alle Themen, die uns triggern. Und es ist in dem Fall das gewesen. Und gab es nicht auch einen in den Kommentaren, der schrub, dass er bald raus ist, wenn wir uns doch weiter über das Thema so unprofessionell äußern. Oh. Habe ich einen gelesen. Auf Wiedersehen. Das hört er schon nicht mehr. Auf Wiederhören. Wir sind übrigens keine Wissenssendung. Wir sind nicht Ayman Abdallah, der hier irgendwie vom Teleprompter Fakten abliest, die jeder Mensch wissen muss. Nein, wir sind bei Spotify und bei Soundcloud gelistet unter Entertainment. Ah ja. Ja, ja. Hast du das eigentlich, der das eingerichtet hat? Das war ich, ja, ja. Also Kategorien? Ah, cool. Natürlich. Nice. Und von daher, also wir sind hier keine News-Sendung. Wenn ihr irgendwie tiefer gehen zu irgendwelchen Themen recherchieren wollt, dann solltet ihr das so noch machen. Ich bin hier in der ersten Linie, um schlechte Wortspiele und Gigs zu machen. Und um Tino anzuschmachten, wenn wir uns nächstes Mal wieder in Persona sehen. Ich wollte es auch gerade ansprechen, Robin. Fahrt deinen Herzschlag ein bisschen runter. Und wenn du in Versuchen kommst, mich nächste Woche anzukrabbeln, ich kann nicht versprechen, also ich könnte auch schwach werden. Ah, Tino. Gut. Wir geben jetzt der Woche eine 5 oder was hat er gesagt? Keine Ahnung. 4,5. Und dann schmachte ich jetzt hier von dannen bis nächste Woche. Kauft gerne einen Hörerwunsch, wenn ihr das möchtet. 20 Euro auf PayPal, eine Stunde oder vielleicht auch eine Stunde, zehn, wie wir jetzt gerade machen, über ein Thema eurer Wahl. Das ist der absolute Wahnsinn. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Schreibt einfach in die Spende mit rein. Ey, redet doch mal eine Stunde über Wäsche waschen. Denn das muss ich einfach machen. Kein Ding. Da habe ich voll die Expertise. Und ich freue mich jetzt auch auf Teil 2 der Fanfiction. Oh ja. Danke, Jules, auch nochmal an dieser Stelle. Wundervollst bist du. Wundervollst ist deine Fanfiction. Gut. Dann bis bald, wa? Wir sehen uns bald. Au, au, au. Au. Tschüss. Wundervollst ist deinem. 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 Wundervollst ist deinem.